das habe ich jetzt nicht gesagt dass er sie ist jetzt genau wie einfacher ja gemacht schon zwölf wird schon ein drei kilogramm schleppboden muss ich das erst mal hier noch alles noch alles schon recht mit recht womit mit recht was soll das für eine langweilige ceiling-challenge sein mann ist ja voll lahm einfach nur ich bin ja am flame das alles noch macht das mal ne grad schaff ich diesen drecksficker schafft gesagt ja du warst letztes jahr beim polis dabei ich hier warst du da ich dabei soll ich vielleicht mal während alles macht uns jetzt die geile country kein schön musik darunter legen also man hört uns trotzdem doch aber so leicht gerne mein kopf musik doch was du willst okay du machst du ne dann dann startet die musik genau jetzt die musik hat schon wieder aufschauen langweilig mann hallo alessandro er hat es noch nicht gemacht wie er ist runtergefallen beim letzten second take one take deine mutter ist auch richtig die erzbischof mal den gammon ändern muss ich muss hier nicht mal den gammon du bist richtig die erzbischof den ärzbischof dritten gerade ist er los nein oh jetzt kommt das secret soll ich gar nicht sagen soll jetzt soll jetzt doch richtig cool aussehen ne was ist das für ne scheiße alter ach so da vorne geht es ja wo geht es denn los na hier was bist du für ein gräser solches wagenkind ey kann man unten irgendein secret entdecken ja da gibt es ein geheimnis interessiert mich ja sowas von nicht oh hier ne du wirst überrascht sein dass das geheimnis kein geheimnis ist das ist eine fackel richtig naja das ist schon ein ganz witziges geheimnis muss ich zugeben boah dieser sprung geht mir richtig hart auf den schwanz wenn ich ihn zweimal jetzt nicht geschafft habe kotzt dir schon an ne ja geh mir schon auf die eier weg und und kommt dieses spurgeist was nachern schwer junge ja wie oft willst du die springe noch hier einbauen man zacken die nicht schon hart genug hier ist eine leiter oder pro seiner leiter ja alles so ein langweiliges kind ganz im ernst man weißt du wenn wir wenn du weit vorne müssen wir dich ja auch nicht unter den wichser naja irgendwie ja nicht mehr in den letzten stellen ist gar nicht gemacht hundenfresser soll mehr geflämt werden hier auf deutschlands kommerz geilsten und play im reichsten kanal die jenner hat mich gesehen dass er in deinem blog war hat sicherlich das hat sich ja nicht so gut machen in allen gesetzungen einfach um die ecke mit den leitern warum musst du die jedes Mal sie sind doch so die armen Mh. Ey, das ist so dumm ein. Die Klabe geht mir auch so auf... Kackhaufen. Moment mal. Das sind nicht so viel einfacher. Hey. Ficken, ey. Weiß ich nicht, glaub nicht, oder? Tauch ist er tatsächlich. Warum schaffst du es denn jetzt heute nicht? Ja, weil ich gehe jetzt als Strecker, weil ihr die ganze Challenge seid. Nee, der ist einfacher. Aber jedes Mal wieder runter. Ja, nur weil es einfacher ist. Hey, du bist einfach ein schlechter. Hey, der ist doch nicht einfacher. Da kommt man gar nicht dran, man. Junge, ey. Ich hasse mich. Ich wurde mir so behindert hier einfach noch mal eingebaut. Ja, sonst wär's doch nicht zu einfach. Ey, ich bin doch grad ein bisschen... Ich reiß die Maus rum wie so ein 80-Jähriger, ey. Junge, du bist doch so eine Gichtfresse, ey. Ich steh schon auf dem Boden und da reiß ich die Maus erst richtig rum, ey. Das ist einfach nur schlecht. Das bringt mir eine 6000-prozentige Empfindlichkeit, wenn ich's trotzdem nicht schaffe. Ich muss gleich wieder auf 70 spielen, so wie Wave. Ja. Kann man mit 100 spielen, ey. Das geht nicht. Schlechte Maus, oder was, man? Schlechtes Maus-Pad, ey. Ich kann das richtig smoothie bewegen, man. Junge, diese Kante da, ey. Warum kann Minecraft nicht mit abgerundeten Ecken spielen, ey? Ja, das würde natürlich geil aussehen, alles mit abgerundeten Ecken. Ey, ich komm da nicht rum, Mann. Ich raste geil. Ey, ich trete gleich so die Challenge kaputt, ey. Wenn ich diesen Scheiß-Sprung ja nicht hinbekomme. Ey, Jonge. Hä? Ich war dran und bin wieder runtergenuggelt, ey. Ich bin wieder verarschen, ey. Na, du kannst dich abkürzen. Bist du sicher? Ja. Ja. Da bin ich tatsächlich sicher, dass... Ja, ich hab das extra in die Höhle hier so gebaut, dass man auf keinen Fall abkürzen kann, ne? Ey, ich war jetzt schon zweimal dran und der rutscht jedes Mal runter. Hallo, es geht gar nicht. Und dran ist das Mann dran, ey. Abgang, Junge. Die pisst einfach nur. Sag mal, ey. Ich hau dich so zusammen, ey. Sonos im Game-Mode! Junge, du Schummeler, Alter. Sonos schon... Sonos gehst mal mit aus dem Game-Mode raus. Piss dich, ey. Piss in meinem Arsch! Piss in meinem Arsch. Piss in meinem Arsch. Oh, das reizt mich grad richtig gut. Dieser Sprung da oben, der geht einfach auch auch noch auf den Schwanz, ey. Dieser, wo man da durch dieses... durch diese Enge springen muss. Diese A-A-A-A-A-A. Juhi hab ich grad gestottert. . Juhi hab ich richtig um die Sack gestottert. Also... Juhi hab ich richtig um die Saff gestottert. Das war richtig. Juhi hab ich richtig authentisch gestottert, ey. Ok. Ok, sehr gut. Haha. Schlecht. Ich fisse leicht den Monotor. Ich krieg den Sprung nicht mehr hin, wirklich nicht. Das hat kein einziges Mal geschafft. Ich auch nicht. Du sagst ja, ich krieg den Sprung nicht mehr hin, ey. Ja, geil! Weil ich ihn da vorher in der Challenge schon 30 Mal gemacht habe. Ja, das ist aber hier was ganz anderes, Wayne. Das ist unter der Erde. Ey, ich bin dran gewesen, jetzt schon zum dritten Mal. Aber wir in dem Block, glaube ich, glitscht man irgendwie zeitweise runter, oder? Ich muss erst mal die Tastatur. Säuber. Ey, ich kotze heute noch mit eurem Molder rein, dass er so schluckt. Eis. Eis? Das würde mir gefallen. Das glaube ich dir, du kleiner Homo. Kleiner Kotzfetisch ist, ne? Du liebst das, wenn man in ein Arschloch reinkotzt und das dann am Ende ausscheißt. Und das dann morgens in einer Suppe genießt. Soll ich dir in Würze. Oh, was ist denn das hier für ein Scheißsprung, Mann? Ja, der ist richtig. Was ist denn das hier für eine Meerenge? Ja, das ist eine richtig indogermanische Meerenge. Das ist echt eine, aber vom allerfeinsten. Hast du es geschafft? Natürlich, Mann. War kein Loot. Ja, gemacht. Oh, dann... Oder? ...sieht Wayne bald das Geheimnis. Nee. Für die Zuschauer, natürlich schneiden wir das Geheimnis raus. Falls ihr die Map noch spielen möchtet. Du wirst es ja auch selber erfahren, ne? Richtig. Falls ihr euch gerade fragt, hä, das ist doch überhaupt kein Geheimnis. Natürlich ist es ganz clever rausgeschnitten.